Hi, ich bin Revon von Planta Plaza in Kranburg, NRW. Jetzt Abholung, liefern tun wir die nicht, aber richtig schöne, schwere Keramiktöpfe. Schwarz, lasiert, hier in Vierkant. Ich habe sie auch in Rund. Der Preis natürlich 10 Euro. Dann haben wir sie auch noch ein bisschen kleiner. Die hier kann man auch in den Weihnachtsbaum reinstellen, kann man alles reinstellen. 2,50 Euro pro Stück. Oder wir haben sie ganz, ganz, ganz groß. Da muss ich selber eben Luft holen, weil die sind jetzt wirklich nicht leicht. Und wehen die natürlich auch nicht mal eben um. Die haben wir für 25 Euro im Angebot. Also gerne vorbeikommen. Unsere Öffnungszeiten und die genaue Adresse findet ihr auf plantaplaza.de. Und morgens zeige ich euch noch wieder neuen Artikel. Also bis morgen. Ciao, euer Revon. Tschüss.